Dardai rechnet mit Jahrsteinausfall gegen Bayern-Trainer Pall Dardai von Fußball-Bundesligist Hertha BSC rechnet nicht mit einem Einsatz des verletzten Stamptorhüters Rune Jahrstein im Spitzenspiel am Freitag 20.30 Uhr Eurosportplayer gegen Meister Bayern München. Das deutete der Ungar am Mittwoch beim Auslaufen der Berliner nach der 1-3-Niederlage bei Werder Bremen an. Jahrstein war in der Halbzeit wegen einer Oberschenkelprellung ausgewechselt worden. Laut Dardai war der Norweger schon angeschlagen in die Partie gegangen. Es war vielleicht mein Fehler, sagte Dardai, vielleicht wäre es besser gewesen, gleich Thomas Kraft reinzunehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017